moin und herzlich willkommen zur aktuellen videoausgabe in der day und swing trading und rohstoff sektion so muss ich es sagen am dienstag dem 23 dezember 2014 heute mache ich es mir einfach und mal alles in einem der fokus liegt ehrlich gesagt momentan nicht auf den märkten sondern auf weihnachten wir schauen auf den dax der dax macht aktuell eine art seitwärts konsolidierung jetzt seit drei tagen oberhalb der 20 tage linie zwischen der horizontalen marke 9790 und horizontaler widerstand 9950 wir hatten bei unserer letzten ausgabe das war der dreifache hexensabbat miteinander darüber gesprochen dass wir die 98 bullisch aufgelöst haben aber das hexensabbat ist alles passieren kann kein day trading alles was der markt ja in potenzieller gegenbewegung macht sollte wir gestiegen sollte wieder steigen wir haben gesagt wenn die 98 nicht hält dann 97 wir machen das tief dann bei 96 90 wir hatten hier eine bullische keilformation gebildet bärisch aufgelöst worden durchgegangen draufgesetzt jetzt diese bullische bewegung gefunden war die wahrscheinliche variante jetzt muss man sagen schaffen wir den stundenschlusskurs oberhalb der 9940 mit dem schatten 9950 dann sollten wir diese offene kurze zu machen im bereich von 10.015 und möglicherweise sogar eine fortsetzung in richtung 10.120 diese variante ist die deutlich höhere die variante mit der höheren wahrscheinlichkeit erst wenn wir hier unter den schatten bei 9670 fallen dann können wir die kurslücke bei 9580 zu machen das ist das was ich persönlich machen werde ist gar nicht zu traden aber wenn sie denn traden wollen mit dem wissen dass die feiertage kommen und am 26 auch noch in deutschland wie märkte zu sind aber in amerika der markt offen ist dann würde ich persönlich mal den blick eher auf die oberseite richten aus folgendem grund wenn sie sich einmal angucken wir haben eine kaufformation in der stochastik momentum zeigt nach oben in der stunde k und d linie fangen schon wieder an sich umeinander zu schlingen im vier stunden chart haben wir das wir haben sehr viel volumen auf der bullischen seite gesehen und nach von der sozialität ist es genau die richtige zeit damit der markt mit extrem wenig volumen ohne echte nachhaltigkeit immer weiter 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 steigt und vielleicht sogar neues hoch macht das weiß ich nicht ob wir jetzt neues hoch machen werden oder nicht aber das ist so genau die zeit zwischen den feiertagen vielleicht noch so die ersten tage in januar dass der markt hier in der fortsetzung macht und dann kommt aber ganz häufig sagt nicht schon seit einigen wochen im januar noch mal ein wasserfall nach unten warum man sich eher auf der bullischen seite orientieren sollte sieht man zum einen wenn man sich den s&p 500 anguckt und die amy sind wieder mal stärker nicht nur dass die vorher stärker gestiegen sind sondern die machen jetzt auch schon 100 prozent die trance mein s&p 500 ist schon wieder hier oben angekommen was für mich viel interessanter ist iwm etf des russell 2000 im bereich des allzeithochs hat es noch nicht bullisch aufgelöst psychologische 120 kaufformation zweifelsohne überkauft aber gleichzeitig wenn man sich hier den wochenchart anschaut schauen sie wir haben hier die kundin linie umeinander momentum zeigt eindeutig nach oben diese seitenwitzkonstellierung wird kurzbärisch aufgelöst und dann auf der bullischen seite wenn die schaffen die 120 aus dem weg zu nehmen dann werden die die small caps anfangen auf der bullischen seite zu laufen und dann sollte man sich auch eher auf der bullischen seite umschauen wenn man jetzt wiederhole ich mich sehr gerne überhaupt irgendetwas hier in diesen tagen auf der bullischen seite wenn man überhaupt etwas traden möchte so muss ich es sagen ganz kurz nur was ich ihnen zuletzt gezeigt hatte zum einen hatte ich ihnen gezeigt tag immobilien da war der markt schon ausgebrochen werden gesagt wenn der nummer hier aufsetzt sehr interessant und was auf der bullischen seite zu traden das wären jetzt so 1,34 prozent ist ja auch eine konservative aktie dann hat nicht ihnen gezeigt gehabt united internet utdi ist glaube ich das kürze utdi so bricht aus macht eine fortsetzung wenn wir den stop auf kerzenbasis anpassen dann hatten wir ihnen gezeigt gab evotec evotec fängt noch nicht das laufen an sondern macht noch ganz langsam aber auf der richtigen seite einer bullen flagge für diejenigen die sich bei kerner nicht haben ausstoppen lassen haben das glück weil man mich darum gebeten hat das noch mal zu zeigen wir haben tatsächlich das glück dass der markt jetzt hier wenn er konsolidiert und mal eine fortsetzung machen sollte wir sind da ja hier ausgestoppt worden und ein ein setup zeige ich ihnen für die die es nicht lassen können yahoo mit einer schönen bullen flagge hier stange hier flagge hier mit dem potenziellen ausbruch gestern über die stunde versucht das macht eine high base hat eine größere wahrscheinlichkeit auszubrechen hat ich ihnen aber auch schon mal gezeigt gehabt meine ich und hat noch gesagt das yahoo jetzt hier nicht wenn er das hier bullisch auflöst so etwas machen wird sondern der wird hier in richtung allzeit hochlaufen die allzeit hoch ist es ja nicht in richtung mehr jahres hoch in richtung 53 laufen vielleicht ein bisschen darüber hinaus ist ein vom setup her kurzfristig gedachte trading möglichkeit dann hatten wir silber silber immer noch innerhalb dieses dreiecks allerdings muss man folgendes sagen das was wir gestern gemacht haben ist ich hätte ihnen gesagt ich bin mir nicht so ganz sicher ob der nicht das was der hier gemacht hat noch mal nach unten fortsetzen möchte und das macht er und es sieht aus wie eine bären flagge das ist die stange und das ist die flagge und wenn er das dann noch mal nach unten bestätigen möchte wie gesagt dann sind die ziele hier im bereich von 15 30 und wenn das nicht hält dann können wir durchaus wieder in richtung 14 70 und schatten 14 30 laufen auf tageschart basis ist diese aufsteigende trendlinie für mich schwierig entscheidender ist wirklich das was wir hier über die stunde haben hier im bereich der 15 30 und wie gesagt wenn das nicht hält die 15 30 dann 14 70 und möglicherweise 14 30 übergeordnet erscheint eine bullische bewegung wahrscheinlicher ich weiß aber wirklich nicht ob der markt nicht noch mal hier unten sich etwas abholen möchte oder nicht bei gold war es ja folgendermaßen dass wir hier diese trend begrenzte linie bullisch aufgelöst haben gestern sind wir wieder nachhaltig drunter gefallen es war ja bei gold so dass ich ihnen gesagt hatte ja diese kerze ist potenziell mehr bullisch diese kerze ist potenziell mehr bullisch das was der markt hier macht tief tieferes tief möglicherweise höheres tief es könnte eine schulterkopf schulter formation sein was ich ihnen aber definitiv nicht sagen konnte ist ob der markt jetzt hier direkt nach oben zur nackenlinie laufen will oder ob der noch mal sich was nach unten abholen möchte und er wollte sich noch nach unten etwas entsprechend abholen wird ausverkauft und vielleicht erinnern sich daran dann wie auch gesagt wenn denn dieser trendlinie nicht hält bei 84 dann wird auch wenn die horizontale 1180 sehr wichtig ist wird die dann eher gebrochen werden und dann laufen wir hier in richtung 1170 1168 das machen wir sieht aus wie ein pullback entscheidend ist wird diese aufsteigende trendlinie halten wenn wir diese zone um die 68 65 halten können wenn ja kann der markt dann nach oben laufen und schafft das dann nämlich jetzt müssen wir sagen nicht mehr 12 0 11 sondern schafft dass die 12 04 aus dem weg zu nehmen dann 12 25 12 30 wahrscheinlicher 20 wochen linie allzeit hoch und wenn das nämlich fällt dann haben wir potenzial in richtung 1140 und in richtung jahrestief 1130 zu laufen ich weiß ich klinge extrem unemotional und unbeteiligt wenn ich ihnen das erzähle und muss ihnen sagen bin ich auch wo ich viel emotionaler werde ist wenn ich ihnen sagen möchte was ich ihnen ja schon einer wochenausgabe gesagt habe dass ich ihnen ganz ganz frohes fest wünsche wenn sie sich dafür interessieren in unserer letzten videoausgabe finden sie bei uns auf der seite in der rohstoff sektion oder auch auf youtube ab 11 30 haben wir eine ganz seltene aber sehr sehr wichtige formation die man beachten muss die wir bei gold sehr häufig um diese jahreszeit beobachten können sind sie ganz herzlich eingeladen sein letztes video auf youtube ab f30 sich anzugucken und ansonsten bleibt mir nur noch ihnen zu sagen dass wir entweder am 29 oder am 30 denn mit einer ausgabe für sie da sein werden ähnlich wie heute mit dax und gold und silber und dem ganzen mischmasch und was habe ich noch ach ja klar eher wahrscheinlich dass wir am 30 für sie da sind deshalb muss ich gerade nachdenken irgendwas wollte ich ihnen noch sagen eher möglich dass wir am 30 da sind denn was ich zwar verhindern möchte aber es nicht so aussieht dass ich am 29 noch mal auf eine geschäftsreise muss deswegen kann es sein dass wir am 30 es für sie da sein werden und bleibt nur noch eins ich wünsche ihnen dass sie im kreise der menschen die sie lieben ein friedvolles und gesegnetes weihnachtsfest verbringen werden ich hoffe dass sie alle 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 gesund bleiben und wenn sie mögen bleiben sie uns formationstäter doch bitte gewogen mein name ist hamed esen aschari